Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes Stromkreisbereich Leistungsbank des Einlassventilsteuermagneten 1. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein allgemeiner Antriebsstrangcode. Dies bedeutet, dass er für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Toyota, VW, Ford, Dodge, Honda, Chevrolet, Hyundai, Audi, Acura und so weiter. Bestimmte Reparaturschritte können je nach Modell variieren. Bei Fahrzeugen mit variabler Ventilsteuerung, VVT, werden die Nockenwellen von hydraulischen Aktuatoren gesteuert, die vom Motorölsystem über Steuermagnete vom Motorsteuergerät Antriebsstrangsteuergerät ECM-PCM gespeist werden. Das ECM-PCM hat festgestellt, dass der Bewegungsbereich der Einlassnockenwelle an Bank 1 außerhalb der Spezifikationen liegt oder auf Befehl nicht funktioniert. Bank 1 bezieht sich auf die Seite des Motors mit Zylinder Nummer 1 Prüfen Sie, welche Seite gemäß den Angaben des Herstellers korrekt ist. Das Einlassventilsteuermagnetventil befindet sich typischerweise auf der Ansaugkrümmerseite des Zylinderkopfes. Hinweis, dieser Code kann auch den Codes P0075, P0076 oder P0077 zugeordnet sein. Wenn einer dieser Codes vorhanden ist, beheben Sie das Magnetproblem, bevor Sie mit der Diagnose des Schaltungsbereichs Leistungsproblems fortfahren. Dieser Code ähnelt den Codes P0027, P0028 und P0029. Punkt. Symptome. Zu den Symptomen eines P0026-DTC können gehören. Mielbeleuchtung, Störungsanzeigelampe, schlechte Beschleunigung oder Motorleistung verringerter Kraftstoffverbrauchursachen. Mögliche Ursachen für einen P0026-Diagnosefehlercode können sein. Niedriger Motorölstand oder verschmutztes Öl Verstopftes Ölsystem Fehlfunktion des Steuermagneten Nockenwellenantrieb Defekt Steuerkette Riemen Locker oder falsch eingestellt Fehlfunktion des ECM-PCM Mögliche Lösungen Motoröl Überprüfen Sie den Motorölstand, um sicherzustellen, dass die Motorölkapazität ausreichend ist. Da die Stellantriebe mit Öldruck arbeiten, ist die richtige Ölmenge entscheidend, um den ordnungsgemäßen Betrieb des VVT-Systems sicherzustellen. Verschmutzte oder kontaminierte Flüssigkeit kann sich ansammeln und zum Ausfall des Steuermagneten oder des Nockenwellenantriebs führen. Steuermagnet Der Steuermagnet für die Nockenwelle kann mit einem digitalen Volt-Ohm-Messgerät DVOM unter Verwendung der Ohm-Funktion auf Durchgang überprüft werden, indem der Kabelbaumstecker des Magneten abgezogen und der Widerstand des Magneten mit Plus- und Kabel des DVOM an jedem Terminal. Stellen Sie sicher, dass der Innenwiderstand innerhalb der Herstellerspezifikationen liegt, falls verfügbar. Wenn der Widerstand innerhalb der Spezifikationen liegt, entfernen Sie den Steuermagneten, um sicherzustellen, dass er nicht verunreinigt ist, oder wenn die Dichtungs-O-Ringe beschädigt sind und einen Öldruckverlust verursachen. Nockenwellenantrieb Der Nockenwellenantrieb ist ein mechanisches Gerät, das durch den inneren Federdruck gesteuert und durch das vom Steuermagneten gelieferte Öl eingestellt wird. Wenn kein Öldruck zugeführt wird, wird standardmäßig eine sichere Position eingestellt. Beziehen Sie sich auf das vom Hersteller empfohlene Verfahren zum Entfernen des Nockenwellenantriebs von der Nockenwelle des Motors, um sicherzustellen, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind, die einen Öldruckverlust zu und von den hydraulischen Zulauf-Rücklauf zu Leitungen des Antriebs oder innerhalb des Antriebs selbst verursachen würden. Überprüfen Sie die Steuerkette den Zahnriemen und die Komponenten, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und in der richtigen Position am Nockenwellenrad installiert sind. ECMPCM Das ECMPCM befiehlt dem Steuermagneten unter Verwendung eines pulsbreiten modulierten Signals PWM, die ein Ausschaltzeit zu regeln, was zu einer Steuerung des Drucks führt, der zum Bewegen des Nockenwellenaktuators verwendet wird. Zum Anzeigen des PWM-Signals ist ein Grafikmultimeter oder ein Oszilloskop erforderlich, um den ordnungsgemäßen Betrieb des ECMPCM sicherzustellen. Zur Überprüfung des PWM-Signals wird das Pluskabel Plus auf die Erdungsseite des Steuermagneten, wenn es mit konstanter Spannung versorgt wird, erdgesteuert, oder auf die Stromversorgungsseite des Steuermagneten, wenn permanent geerdet, positive Steuerung, und auf die Erdungsseite des Steuermagneten abgegriffen, das negative. Kabel ist an eine bekannte Masse angeschlossen. Wenn das PWM-Signal nicht mit Änderungen der Motordrehzahl übereinstimmt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem ECMPCM vor.